Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Ja, ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trek am Dienstag. Ich bin der Simon und begrüße am anderen Ende der Leitung den Sebastian. Hallo, auch von mir ein frohes neues Jahr euch allen und dir auch Simon. Ja, genau. Ist natürlich wieder ein bisschen geschummelt, weil wir nehmen das hier auf noch im alten Jahr. Was? Ja, es ist halt ganz komisch, diese Technik immer und alles. Irgendwann gehen wir mal live. Irgendwann machen wir das mal live. Jetzt aber noch nicht, aber wollten euch trotzdem mal begrüßen und hoffen jetzt quasi, dass ihr gut reingerutscht worden wäre. Ich fühle mich gerade wie in der Anhalter hier per Anhalter durch die Galaxis, weißt du, so ganz komische Zeit-Tempos-Probleme habe ich jetzt gerade hier. Ja, wir hoffen also, ihr seid gut reingerutscht, wenn ihr das hier hört. Und ja, hoffen natürlich auch, dass ihr uns auch dieses Jahr gewogen bleibt. Und hier bei unserem täglichen Star Trek Podcast. Täglich? Unserem wöchentlichen Star Trek Podcast. Habe auch schon wieder weitergedacht. Jetzt bist du größenwahnsinnig. Ja, genau. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr uns weitergewogen bleibt bei unserem wöchentlichen Star Trek Podcast. Wir befinden uns ja immer noch in der zweiten Staffel The Original Series und haben heute eine ganz besonders lustige Folge. Ich meine, die Folge letzter Woche war ja auch ziemlich lustig, wobei ich da irgendwie nach der Hälfte so ein bisschen ausgestiegen bin. Ja, das wäre nicht. Wäre nicht, ja. Bin ja auch den Hörern ähnlich anscheinend. Nochmal vielen, vielen Dank für euer positives Feedback zur letzten Folge. Das war eine besondere Folge, auch für uns beide. Wir konnten die mal zusammen aufnehmen, also im selben Raum sozusagen und nicht nur über das Internet. Und da haben wir ja auch ein bisschen Feedback besprochen, so aus den letzten Monaten, was uns so erreicht hat, ein paar Themen angesprochen. Und ja, das werden wir dann jetzt immer regelmäßig machen, wenn sich gerade was anbietet, irgendwelche Rückfragen von euch. Und deswegen kommentiert da schön weiter fleißig. Und ja, wir werden das dann aufgreifen. Genau, ein bisschen schneller aufgreifen und nicht irgendwie jetzt bis nächste Weihnachten sammeln. Genau, das machen wir nicht. Simon, apropos Weihnachten, wie geht's dir? Wie war dein Fest? Sehr schön, sehr schön. Es war halt im Kreis der Familie. Ich war zuerst bei meinen Eltern zusammen mit meiner Frau und haben wir dann da gefeiert. Und bei meiner Schwester und meinen beiden Neffen, die mich da ganz schön auf Trab gehalten haben. Anschließend sind wir dann quer durch Deutschland gefahren, haben die Schwiegereltern dann noch besucht. Und ja, jetzt sind wir wieder hier daheim und warten auf den Silvesterabend, der schon gelaufen ist in der Timeframe dieser Folge hier. Ja, jetzt weiß ich, was du mit der verwelten Chronologie meinst. Ja, aber lassen wir das. Genau. Wie war dein Fest? Ganz ruhig. Auch mit Familie verbracht. Ich habe ja nicht so eine ganz große Familie wie du, aber da bin ich jetzt auch nicht so ganz böse drum. Ich schlage mich jetzt nicht darum, dass ich von einer Feier zur nächsten gehe. Feiern mit Freunden und so habe ich die letzten Tage auch viel gemacht, aber auch einfach mal Akkus aufgeladen und ich habe ganz, ganz viele weniger gute Filme geguckt. Nicht, weil ich mich irgendwie quälen will, sondern weil ich auch das gescheiterte Kino sehr mag. Und gerade solche Tage, wo man viel Zeit hat, die bieten sich für mich an, dass man mal so einen Schmarrn guckt. Da habe ich immer viel Spaß dran. Das ist ja auch eine Gemeinsamkeit von uns beiden. Ich mag das auch und meine Frau mag das noch viel mehr. Also manchmal auch so sehr, dass es mir dann schon wieder ein bisschen auf den Keks geht. Aber wir haben schon sehr, 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 sehr viele schöne, schlechte Filme geguckt. Und ja, manchmal gebe ich da tatsächlich lieber Geld aus für so einen Film als für einen Blockbuster. Ja, und vor allem so, das ist ja jetzt auch so Dezember, Januar, da kommen immer so diese ganzen Sachen ins Kino, die einen Oscar gewinnen sollen. Und das finde ich, das ist dann oft so ein Betroffenheitskino, was so ganz bewusst auf die Oscars zugeschnitten ist. Und das kann ja auf den Tod nicht ausstehen. Da gucke ich mir lieber an, weiß ich nicht, wie Dolph Lundgren austeilt irgendwo. Das erfreut mich viel mehr. Wir haben tatsächlich neulich Masters of the Universe gesehen. Auch ein ganz, ganz schönes Beispiel für eine gescheiterte Verfilmung eines Franchises. Und ja, das war auch sehr schön, den Herrn Lundgren da dilettieren zu sehen durch diesen Film. Großartig. Ja, was für ein Quatschfilm, dass der auch in unserer Welt spielen muss. Ja, es waren halt die großartigen Canon-Films. Die haben ja einiges an Bockmiss rausgehauen damals. Und man wollte halt Geld sparen. Und ja, da empfehle ich eine wunderbare Doku dazu. Die heißt Electric Boogaloo. Boogaloo, ja, auch meine Empfehlung. Ja, ganz fantastischer Film, der sich so über die Geschichte von Menachem Gollem und seinen Canon-Films so auseinandersetzt. Ganz großartig. Ja. Genau. Viele herzliche Filme geguckt. Herzlich willkommen beim B&C-Movie-Podcast. Für heute Masters of the Universe mit Dolph Lundgren. Oder das Lebenswerk von Dolph Lundgren. Da könnten wir wirklich mehrere Stunden drüber sprechen. Oh ja. Hey, aber immerhin haben wir eine kleine Star-Trek-Connection. Da spielt Robbie Duncan McNeil mit in einer seiner ersten Rollen. Ja, stimmt. Stimmt, genau. Merkst du, ich habe versucht uns wieder so jetzt, so eine ganz blöde Überleitung. Auf SEMA. Ja, ich finde, die funktioniert. Da ist die Star-Trek-Connection irgendwie da. Ja, reden wir doch über die heutige Folge. Es ist eine besondere Folge, wie ich finde, eine sehr lustige Folge. Sie heißt I-Mud. Zu Deutsch, der dressierte Herrscher. Und ich habe schon beim letzten Mal diesen Titel bewundert irgendwie, als wir das vorangekündigt haben. Ja, finde ich ein prima Titel irgendwie. Ja. Er ist gewitzt, sagen wir es mal so. Da merkte man, da passierte in den Köpfen der Übersetzer und der Synchron-Studios noch was. Das war nicht sowas wie Besuch von der alten Enterprise, wie wir dann später so super platte Titel dann einfach nur noch serviert bekommen. Also der dressierte Herrscher, finde ich, das ist cool. Das klingt auch, wie ich schon sagte, wie so ein Sci-Fi-Roman, wie so ein alter Schinken von Anno Dünnemals. Stimmt, ja. Sie hieß zumindest nicht Angriff der Berge. Ja gut, das war ein Druckfehler von der TV-Spielfilm. Aber immerhin. Schön, dass du dich noch daran erinnerst. Da sprechen wir mal drüber, wenn wir bei der Folge dann angekommen sind. Ja. Die Live-Story von Reinhold Messner ist das dann. Angriff der Berge. Ja, der Louis Trinker. Wobei er doch die Berge angreift und nicht die Berge ihn. Aber naja, ist ja auch egal. Ja, und dann habe ich da den Schneemensch, habe ich da gesehen. Ich mag Reinhold Messner, ich bin großer Fan, ich kann ihm stundenlang zuhören. Toller, toller Typ irgendwie. Wahnsinnig, aber toll. Er ist ein bisschen irre. Ja, genau. Ja. Ja gut. Aber Simon. Ja. Einmal. Ja. Ausgestrahlt am 3. November 1967 auf NBC. Und was meinst du, wann kam es denn hier? Frühe Folge. Ja, ist richtig. 26. August 1972 auf dem ZDF. Ja, richtig. Aber lag auch irgendwie fast auf der Hand. Schon, ja. Also, wenn das tatsächlich die Logik ist, wie ich sie mir denke, also die Entscheidung darüber, ob eine Folge damals ausgeschaltet wurde in der ersten Ausstellungsreihenfolge, dann kann man diese Folge locker den Kids zumuten. Da passiert nicht viel Schlimmes. Ja. Die ist ja auch in manchen, in großen Teilen fast schon wie auf Kinder zugeschnitten. Weil die, glaube ich, viel Spaß daran hatten. Wahnsinnig, ja. Gerade so mit dem letzten Drittel vielleicht. Genau. Ja, der Titel nimmt schon vorweg, dass da ein alter Bekannter auftritt in der Folge, nämlich Hardcourt Fenton Matt. Besser bekannt unter dem Namen Harry Mudd. Den hatten wir ja schon in dieser Rigel-Mining-Folge. Ja. Die da hieß? Mudd's Women. Mudd's Women, genau. Ebenfalls, genauso wie diese Folge, geschrieben vom Schöpfer des Harry Mudd, von Stephen Kandel. Leicht behutsam überarbeitet durch David Gerrold, das Skript. Ein Name, der uns in ein paar Wochen noch mal wieder begegnen wird. Mudd und der Stephen Kandel, das ist einfach so der, ja, der Mudd-Spezialist gewesen. Es gibt genau drei Episoden mit Harry Mudd und die drei stammen alle von ihm. Richtig, ja. Und es ist auch super, dass er wieder da ist. Das ist ja ein Charakter, der einem absolut im Gedächtnis geblieben ist bei seinem Erstauftritt. Sag mal, Sebastian, du weißt das besser. Gab's da nicht mal dieses Gerücht, dass der Mudd eine eigene Serie bekommen sollte? Ja, das hatte sich irgendein kluger Programmverantwortlicher mal überlegt, dass das eine gute Idee wäre, weil der ja so gut ankam. Und dann hat das Roddenberry so als, ja nicht als Auftrag bekommen, sondern so als Vorschlag. Und er hat das so, ich glaube, er hat es, er hat es wie Didi Hallerforden genommen, schreiben sie es auf, ich kümmere mich später drum. Also er hat da, er hat da nie so richtig Lust oder Zeit für gehabt. Und so kam es dazu einfach nie. Kam nie über die Idee hinaus. Wäre bestimmt ganz witzig gewesen. Also nach ein paar Folgen wäre wahrscheinlich die Luft raus gewesen. Aber hätte ich gern gesehen. Ich hätte noch mehr gesehen mit dem Charakter. Man kann ja jetzt ein bisschen mehr wieder von ihm sehen in Discovery. Aber der Mudd in Discovery ist natürlich ein bisschen anders als der Original-Mudd. Der alte Swash-Buckler. Und naja. Ja, ist alles ein bisschen edgier heute. Richtig. Aber gut. Na gut, dann würde ich sagen, tauchen wir mal ein in die Folge. McCoy hat so einen misstrauischen Tag irgendwie. Also dem ist ein Crewman Norman aufgefallen. Und er teilt seine Bedenken auch gleich mit Spock. Er sagt hier, dieser Norman, der ist irgendwie so verschlossen. Er lacht nie. Ganz komischer Typ. Ist gerade erst, glaube ich, ein paar Stunden vor auf die Enterprise versetzt worden. Ja, zwei, drei Tage oder so. Zwei, drei Tage oder sowas. Und der Spock, der sagt dem McCoy natürlich, das, was man von Spock erwartet, bei uns sei nicht so oberflächlich. Vor allen Dingen geht er ja auch genau zu dem, auf den das zutrifft, was er dem Norman vorwirft. Aber daraus ergibt sich so ein halbliebevoller Streit, finde ich auch. Der McCoy ist sehr nett. Ach, für dich gilt das doch nicht. Du bist doch die Ausnahme. Aber Spock ist angepisst. Aber vielleicht auch nur gespielt. Aber man weiß es nicht so ganz genau. Das wird so unaufgelöst gelassen. Schöne Szene. Schöne Szene auf jeden Fall. Naja, Spock ist generell, der hat sich ja schon weiterentwickelt. Also wenn man sich so die Folgen der ersten Staffel anschaut. Und jetzt, der ist ja, der ist deutlich, finde ich, humorvoller. Also der macht, der macht ja, steigt ja auch Witze manchmal ganz bewusst ein. Und man merkt ja auch, dass dieser strenge Vulkanier, der so in Spock ist, dass das ja dann doch hier immer mehr so auch ein bisschen zur Fassade wird. Ja, auch so eine Sache, die sich ja durch die ganze Star Trek Mythologie zieht. Durch die ganzen Star Trek Serien und Filme. Zumindest in denen Spock irgendwie involviert ist. Wie er sich so entwickelt. Ja. Macht ja so Achterbahn mäßig ist das. Nun denn. Aber Spock hat Unrecht. McCoy hat hier genau den richtigen Riecher gehabt. Denn was passiert in der nächsten Szene, Sebastian? Da geht's auch gleich schon los. Wupp dich. Da übernimmt der Norman auch schon das Schiff. Ja. Macht das auch wieder so ganz, ganz geschickt. Hat mich sehr erinnert an die Next Generation Episode Brothers. Ich glaube Ungleiche Brüder hieß die. Ja. Wo auch Data die Enterprise kapert und zu irgendeinem Planeten steuert. Und so ähnlich macht der das auch hier. Und er hat ja auch mit Data sonst noch was gemein, und wie wir dann ziemlich schnell merken werden. Genau. Nachdem er die Enterprise übernommen hat, ein paar Techniker niedergeschlagen hat, taucht er dann auch auf der Brücke auf. Ja, aber da passiert ja eigentlich noch, er geht ja auch gar nicht in den Maschinenraum. Und schlägt da alles kurz und klein. Auch den Scotty. Der hängt so lustig über so ein Pult. Ist dir das aufgefallen? Ja. Das ist so. Ja. Hat ein bisschen sowas Comikhaftes gehabt. Ja. Es sah ein bisschen so aus, als hätte er zu viel von seinem Scotch genippelt. Ja. Und da kommt der Norman halt auf die Brücke. Und auch Kirk lässt da einen guten Spruch los. Der sagt, we found the intruder. Das fand ich irgendwie lustig. Ja. Weil er sagt das auch so schön. So ein bisschen ironisch sagt er das. Ja. Und ja, der Norman, der wirkt halt wie ferngesteuert. Und wie du schon sagst, stellt sich dann ja auch heraus, warum das so ist. Ja, genau. Der Norman, denn jetzt ist er nämlich wieder er selbst. Im Maschinenraum war er noch der Weltunähnlichster Stuntman überhaupt, der die anderen da verhaute. Jetzt ist er wieder er selbst. Und kommt ganz sachlich auf die Brücke, erklärt, hört mal zu Leute, wir sind jetzt unterwegs. Ja. Wohin, das sage ich euch jetzt noch nicht. Aber wenn es soweit ist, dann schon. Und versucht gar nicht erst die Enterprise vom Kurs abzubringen, denn sonst gibt es hier einen großen Knall. Und dann war es das mit der Enterprise und euch auch. Ja, richtig. Dann zieht er so sein Hemd hier noch hoch, als Körken natürlich wissen will, was hier los ist. Und da unter dem Hemd ist, glaube ich, so eine Klappe irgendwie. Und wenn man die Klappe aufmacht, dann guckt man, ja so wie bei der Sendung mit der Maus, in das Innere von Norman und stellt halt fest, es handelt sich nicht um einen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern es handelt sich ganz klar um einen Roboter, beziehungsweise einen Androiden. Ja. Das sieht auch aus, was er da hat. Das hat mich an meinen alten Kosmos-Elektronik-Baukasten entdeckt. So schief zusammengeklebte Widerstände, Kondensatoren und Trafos und so. Das sieht schon, ei, ei, ei. Also so sieht ein Computer eigentlich nicht aus. Also wenn ein Androide so funktionieren soll, dann weiß ich auch nicht. Übrigens eine weitere Parallele zu den Masters of the Universe. Wir haben heute drei Sachen, die von mir kommen in dieser Folge, die irgendwas damit zu tun haben. Okay. Das eine war der Film vorhin. Das andere ist, es gab so eine Figur, die war der böse Doppelgänger von He-Man und der hieß Faker. Und Faker, ne? Der war blau. See what they did there? Der war blau, genau. Und er hatte auch auf seinem Brustkorb hatte er so einen kleinen Aufkleber gehabt. Und da konnte man halt sehen, dass es ein Androide ist. Da waren so Kabel zu sehen auf dem Aufkleber und so weiter. Und das sah ganz genauso aus wie hier bei Nor-Man. Und jetzt gucke ich mal nach Faker He-Man. So, gibt es da ein schönes Bild von? Ja, gibt es. Ja, der hat da so ein Kassetten, Doppelkassettendeck drauf, ne? So ein bisschen, ist nicht ganz so, weil da eher so kreisrunde Sachen drauf sind. Ja. Und das sieht eher aus wie so ein zusammengelötetes Teil, was der Normen hat. Aber schon, ja, es geht so in die Richtung. So sieht es mal aus, ja. Ja, dann endet der Teaser. Und ich weiß nicht, ob dir das auch so lang vorkam wie mir. Ich habe mal geguckt, das waren 5 Minuten 31. Ganz schön lang. Das ist der längste Teaser von der Original Series tatsächlich. Das wollte ich dann nämlich auch wissen, ob das stimmt oder nicht. Und das ist der längste. Ja. Stimmt. Fast 6 Minuten. Wahnsinn. Ist auch wirklich viel passiert natürlich, ne? Also man hat Action gesehen, man hat Humor gehabt und so. Schöner Teaser irgendwie. Geht dann auch direkt weiter mit dem Androiden. Die Enterprise kann, wie gesagt, nichts unternehmen, die Crew, gegen diese Übernahme. Ja. Und der Norman, der schaltet sich ja dann auch auf stur und, der schaltet auf stur und schaltet sich dann ab sozusagen. Und dann macht der Spock einen Mindmeldgriff an ihm, ne? Und sagt, er hat sich ausgeschaltet. Das fand ich auch interessant. Ja, so ganz kurz nur, ne? Das ist so ein halb, so eine Mini-Gedankenverschmelzung nur. Na ja, gut. Ja. So raus. Wo die Folge weitergeht. Eine Sache stört mich da, die mich bei ganz vielen Folgen stört. Wenn man jetzt die Folge gucken würde als Neuling, dann wüsste man nach dem Vorspann, ach, I'm Mad, okay, Harry kommt. Und damit ist irgendwie die Überraschung zerstört. Stimmt, ja. Und das ist auch bei späteren Serien dann so, wenn dann irgendwie eine Folge, weiß ich nicht, wenn dann da steht, bei den Gast saß auch, and John Delancey as Q oder so. Ja. Da kommt auch Q meistens im Titel vor. Aber es gibt ein paar Folgen, wo Leute mitspielen, wovon man eigentlich überrascht sein sollte. Und dann verraten die das so am Anfang. Und manchmal sind sie klug und erwähnen das dann erst im Abspann, aber manchmal zerstören sie das leider gleich so früh in der Folge. Naja. Da war der deutsche Titel tatsächlich besser an der Stelle, ne? Ja. Weil der hätte ja auf alles und jeden hindeuten können. Ja. Der hält schön dicht. Ja. Chekhov ist da und hat seine normale Frisur. Ja. Und nicht mehr diese alberne Perücke. Das fand ich, habe ich wohlwollend zur Kenntnis genommen. Na und ich erst mal. Weniger wohlwollend habe ich zur Kenntnis genommen, dass er und Uhura so gespielt, genervt tun müssen, weil der Norman so blöde im Weg steht die ganze Zeit. Der steht halt quasi so anderthalb Meter vor dem Turbolift mitten auf der Brücke und hat sich abgeschaltet und ist allen dann da im Weg. Ja, irgendwie kommt er ja dann auch wieder zu sich und stellt mal ein Landeteam zusammen einfach so. Kirk, Uhura, Zulu, Spock und, ne, Zulu, Quatsch. Zulu bleibt oben. Kirk, Uhura, Spock, Chekhov und McCoy sind es, glaube ich, ne? Die mitkommen sollen. Man ist mittlerweile an einem Planeten angekommen. Er beamt sich dann runter. Ja, und befindet sich in so einer Art Untergrundbunker wieder, ne? Also halt so eine fiesen Höhle irgendwie. Ja, haben sie schön aufgewertet, aber diesmal mit so schönen schrägen Türen, die so ganz asymmetrisch sind und auch mit den Farblichteffekten geizen sie ja nun wirklich nicht in dieser Folge. Das hat, das hat wieder echt was Schönes Atmosphärisches da. Richtig, ja. Ja, und dann treffen wir auch schon sehr, sehr schnell auf besagten Matt. Ja, und im ersten Moment sieht das ja so aus, als wäre der Harry, ja, Chef von diesem Androidenplaneten, weil da stehen auch andere Androiden rum, also nicht nur der Norman, sondern da sind dann auch, ja, zwei Frauen zu sehen, die sich wie ein Ei dem anderen gleichen, haben so wahrscheinlich Zwillinge genommen und mit irgendwelchen Tricks gearbeitet, weil es gibt ja dann ganz, ganz viele verschiedene Serien von diesen Androiden, aber ich greife ein bisschen vor und ja, am Anfang ist es halt so, als wäre der Harry da so James Bond Bösewicht mäßig, sitzt da auf so einem Thron, wird da umgarnt von diesen beiden weiblichen Androiden und ja, scheint irgendwie der Boss zu sein. Das wäre ja auch eine geile Folge gewesen, wenn es so gekommen wäre. Ja, das ist es ja nicht. Naja, er stellt sich aber doch jetzt erstmal als Herrscher vor und sagt, ich bin hier sogar Matt der Erste, nennt er sich. Richtig, ja. Ja, und hier ist dann tatsächlich die dritte Parallele zum Masters of the Universe, denn der Matt, das ist mir auch noch nie so aufgefallen, der erinnert mich extrem an die Originalstimme von Skeletor aus der Zeichentrickserie, die damals lief. Er sagt dann so, dass die Crew immer auf dem Planeten bleiben soll. Weißt du, also musste ich dann sofort dran denken und hab mir auch an der selben Stelle gedacht, was für ein geiler Antagonist dieser Matt doch eigentlich ist. Eigentlich schon. Also es macht ihm halt Spaß zuzusehen, der ist lustig, der hat Humor, der hat auch Fehler, zu denen er auch steht, versagt manchmal. Und ja, das ist einfach ein toller Bösewicht, finde ich. Ja, das ist er. Er ist ein bisschen verrückt. Also so wie er da lacht, das ist schon sehr Skeletor-mäßig, muss ich sagen. Aber doch, ist echt ein cooler Bösewicht. Und er hilft uns hier, Simon, er hilft uns hier, die Ankunft von Chekhov zu datieren. Denn der Chekhov fragt, kennt ihr den Typen? Also war er zur Zeit von Muds Women noch nicht an Bord. Aber da ja irgendwann mal der Khan sagen wird, I'm Mr. Chekhov, I never forget a face, ich vergesse nie ein Gesicht, muss das ja irgendwo dazwischen liegen. So in der Mitte der ersten Staffel muss der Chekhov an Bord gekommen sein. Ja, wahrscheinlich nicht als Brückenoffizier, weil man sieht ihn ja nie. Aber er ist mal irgendwann befördert worden. So kann man sich das zurechtlegen. Genau. Ja, und wie gesagt, der Matt eröffnet der Crew. Schön, dass ihr hier seid, ihr werdet für immer hierbleiben. Erzählt auch, er verhält sich auch so wie der Herrscher. Er sagt hier, das sind meine Androiden. Fantastische, fantastische Gespielinnen. Also es ist auch schon so ein Unterton da bei den Frauen. Spock kommentiert das ganz großartig. Der Matt sagt irgendwie, ich habe 500 von diesen Frauen da. Und der Spock sagt, that seems rather redundant. Er scheint eher redundant zu sein. Und ja, sehr gut. Also ein Lebemensch, der Matt. Und jetzt kommt ein bisschen viel Exposition, finde ich. Jetzt erzählt ja der Matt erstmal, warum er überhaupt da ist. Jo, also eine ganz schöne, bewegte Geschichte gehabt. Andererseits finde ich es nett, dass sie darauf eingehen, weil sie erstmal fragen, sag mal, er sagt ja erstmal, du musst ihm es zugeben, ich habe immer noch ein Auge für Schönheit. Und das ist so eine ganz versteckte Referenz zu seinem ersten Auftritt, wo er ja mit den drei Grazien da an Bord kam. Und jetzt geht es aber richtig los, wenn sie fragen, wie bist du das letzte Mal, als du in den Knast gekommen bist, eigentlich wieder losgekommen. Und wenn ich mich richtig, wenn ich richtig falsch aufgepasst habe, dann sagt er das gar nicht so. Denn der sagt eigentlich, dass er Patentrechte verletzt hat als erstes und keine Lizenzgebühren dafür bezahlt hat. Auch hier wieder bezahlt hat, also Geld, aber davon mal ganz ab. Er beantwortet nicht die Frage, wie bist du aus dem Knast rausgekommen, oder? Das stimmt, ja. Nee, tut er glaube ich nicht. Also er sagt halt einfach, er hat sich, wie du schon sagst, wegen diesen Patentverletzungen hat er sich mit der Polizei von Dnep 5 angelegt. Und da hätte ihm tatsächlich die Todesstrafe auch gedroht. Ja. Und dann heißt es einfach, dass er, dann ist er halt geflogen und irgendwie auf diesem Planeten mit diesen Androiden gelandet. Ja, Dnep 5, äh Dnep 5, Dnep ist ja auch ein sehr interessantes, sehr volles Sternensystem. Denn einen Planeten weiter im selben System, einen Planeten weiter Richtung Sonne, Dnep 4, den werden wir im Pilotfilm von Star Trek The Next Generation besuchen. Denn da spielt eigentlich ein Großteil von Encounter at Farpoint, Mission Farpoint. Und irgendwann kommt auch nochmal Dnep 10 vor. Also das ist echt, im Dnep-System, Junge, Junge. Da steppt der Bär. Ja, da pulsiert der Papst. Richtig. Ja, aber es stellt sich halt dann heraus, dass der Matt auch ja irgendwie ein Gefangener ist auf diesem Androiden-Planeten. Er sagt dann auch irgendwann ganz schnell, ja, sie wollen mich hier nicht mehr gehen lassen. Die Androiden möchten Menschen studieren. Sie wollten auch, dass ich Menschen herbringe. Also die Enterprise-Crew. Und ja, das ist ja dann schon so ein bisschen dieser dressierte Herrscher, von dem die Rede ist. Also so eine Art, ja, in Star Wars so ein C3-PO, der da irgendwie von den Evox als Gottheit verehrt ist, wird. Aber trotzdem irgendwie keine wirkliche Macht hat. Und nur Geschichten erzählen darf. Und nur Geschichten erzählen darf, ja. Ist ein cooles Konzept, diesen Charakter, diesen Matt da halt reinzusetzen in so eine Situation. Finde ich sehr schön. Ja, erwartet man auch gar nicht. Man denkt, eigentlich jetzt kommt so eine, wieder so eine Con-Man-Folge, wo er der Betrüger ist. Und die Enterprise rutscht dann so mit in diese halbgaren Geschäfte rein. Und das ist ja hier gar nicht der Fall. Man hat ja hier ganz großes, hartes, hoch aufgehängtes Sci-Fi. Und irgendwie ist der Harry da reingepurzelt. Was genial ist. Finde ich auch super Konzept. Ganz, ganz toll. Schöne Szene kommt direkt da drauf. Da ist, die werden dann irgendwie, ja, sollen dann abgeführt werden von den Androiden zu ihren Quartieren. Und ja, da ist ja dann so dieser schwarze Schrein, dieser dunkle Schrein in der Wand. Und Sebastian, wer verbirgt sich denn da drin? Du verbirgst dich da drin, Simon. Ja, genau. Denn der Screenname von dem Simon heute ist Stella. Ja, Stella. Und zwar ist das ein ganz besonderer Androide, der ist der Frau von Matt nachempfunden. Und wenn er diesen Schrein dann, wenn er das dann aktiviert, dann wird die halt lebendig, wie so eine Puppe in der Geisterrichtsheim Phantasialand. Und fängt dann an, mit ihm zu schimpfen und sagt, Matt, was machst du schon wieder angestellt? Also diese typische Nudelholz-Geschichte irgendwie. Und der Matt, der grinst sich nur feist eins und kann sie halt jederzeit ausstellen. You're good for nothing, thing, 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 thing. Ja, das ist natürlich jetzt auch politisch sicherlich nicht der korrekteste Witz. Heute würde man den so nicht mehr machen und das auch mit Recht. Aber in diesem Kosmos der Folge muss ich doch sehr laut lachen. Ja, das ist so ein bisschen Wirtschaftswunder-Komödien-Ingredienz. Die nörgelnde Ehefrau, die mit der Bratpfanne hinter der Tür zu Hause steht. Das erwartest du eher in so einem Heinz-Ehrhard-Film und nicht unbedingt bei Star Trek. Vielleicht sogar noch schwarz-weiß sogar. Schatz, ich bin zu Hause. Wo hast du denn schon wieder, du rieche ich hier eine Fahne? Also ja, genau sowas. Und ja, der Heinz-Ehrhard hätte dann auch so einen Gag gemacht. Manchmal wünschte ich, sie hätte einen Ausknopf. Also irgendwie sowas. Schön finde ich bei der Stelle, hast du mal auf McCoy geachtet? Nee. Also ich fand es ganz bemerkenswert, dass er derjenige ist, dem die Nische auffällt als einzigen. Aber was hat er hier sonst noch gemacht? Der sitzt da schön im Hintergrund und grinst über beide Ohren. Ich glaube, dass DeForest Kelly diese Szene selber ziemlich lustig fand. Oder absurd oder was weiß ich. Also der ist halt so kurz vorm Korpsen, wie man so sagt. Wenn ein Schauspieler lachen muss während einer Szene und ein Blooper produziert. Also ich glaube, DeForest Kelly war ganz kurz davor. Ja, fantastisch. Ja, auch Stella, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, ganz fantastisch gespielt. Also sehr, sehr schön gemacht. Schöne Szene einfach. Sie hat ja nur so drei kurze Szenen, aber aus denen holt sie alles raus. Ja. Ich glaube, man hat viel gelacht am Set. Ja. Bei den Szenen. Naja, ich glaube, dann werden sie auch schon weggeführt und dann lernt man so ein bisschen was über diesen Planeten kennen. Ja. Und über die Androiden selbst. Die packen jetzt nämlich mal sozusagen ihre Magic Bag of Backstory aus und sagen, ja, wir haben natürlich auch Schöpfer als Androiden und die kamen aus der Andromeda-Galaxie. Schon wieder was Außergalaktisches, Simon. Das ist irgendwie gerade mal voll in bei Original Series. Und der Ursprungsplanet, den sie dort hatten, der wurde von einer Supernova ausgelöscht. Und nur auf Außenposten, die irgendwo anders und auch in unserer Milchstraßengalaxie versprengt waren, überlebten die Schöpfer und die Androiden. Und irgendwann mal starben dann die Schöpfer aus, weil die eben sterblich waren. Und da, da weiß ich nicht, ob ich der Geschichte so glauben kann. Ja, stimmt. Denn so Schöpfer, die sind zwar vielleicht sterblich, aber ich unterstelle denen erstmal Fruchtbarkeit. Und vielleicht haben die Androiden danach geholfen, oder? Das kann durchaus sein, ja. Das ist durchaus möglich. Ich meine, wie wir später feststellen, haben es die Androiden ja faustdick hinter den Ohren. Und das kann durchaus sein. Natürlich, man weiß ja nicht, wie viele der Schöpfer tatsächlich überlebt haben. Irgendwann ist, glaube ich, später die Rede davon, dass es 200.000 Androiden gibt, ne? Mhm, ja. Und dann gehe ich mal davon aus, dass es vielleicht so noch 50.000 Schöpfer gegeben hätte. Und ich bin jetzt kein Biologe und weiß nicht, ob das reicht, um den Pool irgendwie so am Laufen zu halten. Den Genpool. Aber es klingt für mich halt so. Aber wer weiß das auch schon. Vielleicht haben auch nur ganz wenige Schöpfer überlebt. Vielleicht waren es nur 100 oder so. Und dass die dann irgendwann aussterben, ist ja klar. Das mag sein. Dann haben wir ja so ein ähnliches Szenario demnächst mal, irgendwann bei Next Generation. Dauert aber noch. Wie heißt denn das nochmal? Der Planet der Klone. Ähm, Up the Long Ladder. Up the Long Ladder, ja. Das dauert noch ein bisschen. Da sind zwar keine Androiden am Start, aber da sind auch irgendwelche Leute, die an einem etwas zu geringen Genpool leiden. Aber genug abgeschwiffen. Richtig. Wir erfahren dann auch, dass es eben so Serien gibt von Androiden. Es gibt zum Beispiel, das fand ich besonders lustig, eine Barbara-Series. Wer da an die Barbies denkt, der ist da glaube ich auf dem richtigen Weg. Weil ich glaube, das war auch so ein bisschen ein Wink mit dem Zaunfall. Weil da wird ja auch erzählt irgendwie, dass die Körper alle gleich aussehen und mit, keine Ahnung, irgendeiner Plastik überzogen sind oder so. Also ich glaube, da hat man so ein bisschen auf Barbies angespielt. Generell kommen so ein paar Droiden-Fakten. Ja, so nenne ich diese. Man erfährt auch, dass ein Androide 500.000 Jahre hält. Ja, und das hört dann die Uhura. Und das war für mich auch so ein Echo von What are little girls made of? Der alte Traum. Denn da ging es auch ja um Androiden, die irgendwie ewiges Leben in einem Androiden-Körper ermöglichen sollten. Und es ist auch so ein bisschen Schatten, die die Folge Return to Tomorrow, die uns demnächst begegnet, vorwegwirft. Und das ist ein Thema, das wird gerne mal verhandelt hier in Star Trek. Und auch hier ist es wieder so, dass dieser Gedanke ewiger Jugend in Robotergestalt irgendwie der Uhura sehr gefällt. Sehr, sehr gefällt. Ich finde das auch so ein bisschen die Parallele zu der ersten Mud-Folge, nämlich Mud Swimmen. Weil es ist natürlich auch diese Vorstellung Eternal Beauty, also ewige Schönheit, ewiges Jungsein. Das war ja auch ein Motiv der ersten Mud-Folge mit seinen drei Frauen, die er da hatte. Ja, diese Vorstellung, kein Verfallsdatum zu haben. Ist ja schön, Sebastian, wir haben das ja beide schon längst überschritten, das Verfallsdatum. Ja. Aber, naja. Man ist immer so alt, wie man sich anfühlt, oder? Richtig, das stimmt, ja. Ja, aber, ja, dass die Uhura da so drauf anspringt, das hat natürlich auch wieder so ein bisschen Geschmäckle. Aber sie machen ja am Ende der Folge was ganz Fantastisches mit dem Charakter von Uhura. Deswegen finde ich das hier völlig in Ordnung, dass sie das erstmal, ja, ist eine gute Vorstellung, ewig jung zu bleiben und so. Ja. Aber es ist eben nur eine Vorstellung. Was mir gerade, wo wir so über Androiden-Fakten reden, aufgefallen ist, wir haben noch gar nicht darüber uns unterhalten, wie man die einzelnen Androiden doch irgendwie unterscheiden kann. Also die Haupt-Androiden-Serie ist ja die Alice, die sehen wir ganz viel. Und das ist natürlich dieses Zwillingspärchen. Aber es gibt eine Unterscheidungshilfe und das haben sie sehr geschickt gemacht, wie ich finde. Ja, welche meinst du? Ich meine die Nummerierung. Ja. Die haben alle so ein Kristall um den Hals hängen und da ist eine Zahl drauf. Und der Abspann verrät uns am Ende, da lügt der Abspann ein bisschen, dass der eine Zwilling die Alice 1 bis 250 spielt und der andere spielt 251 bis 500. Aber in einer Szene stehen halt 11 und 13 nebeneinander. Also das ist, sie meinen das nicht so wörtlich, wie sie es da schreiben, aber es hilft irgendwie. Ein schönes Detail, das ist mir nicht aufgefallen, tatsächlich. Ich finde, Alice lässt es sehr gut machen. Also sie haben ja, also ich nehme mal an, es wurde ja auch mit Splitscreen vermutlich gearbeitet. Man sieht ja auch die Alice nicht nur zweimal, man sieht sie ja auch manchmal dreimal. Ja, sechsfach ist, glaube ich. Oder, ja. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob da jetzt die Remastered-Version, die ich immer schaue, ob da ein bisschen nachgeholfen wurde, aber es sah sehr gut aus, muss man sagen. Also die Schnitte zwischen den Splitscreens und so weiter sind mir nicht aufgefallen. Ja, die Szene, wo Matt in der Mitte sitzt und zu seiner Linken und zu seiner Rechten tauchen wirklich drei Alices jeweils auf, die ist ein bisschen unschärfer als der Rest der Folge. Aber ansonsten, nö. Super. Ja, und wir erfahren auch, dass diese Androiden es den Gästen, also sie sind sehr gastfreundlich, ja. Sie möchten ihnen ja da ein fantastisches Leben ermöglichen. Schöne Frauen, unfassbar, schöne Frauen, schöne Männer, schöne, nicht schön, schön ist nicht das richtige Wort, um eine Werkstatt zu beschreiben, die den Scotty aus den Latschen haut, ne. Oder ein Labor, das den McCoy total begeisternd werden lässt, aber sie wollen ihnen halt Wünsche erfüllen. Genau. Also man soll schon, ja, man soll schon es so schön haben, wie eben nur möglich, ne. Sie sagen ja dann auch in Kürze, es ist ein Käfig, es ist ein goldener Käfig, aber immerhin ist es ein Käfig, in dem wir uns hier jetzt aufhalten. Richtig, ja. Und Käfig ist auch das richtige Stichwort, denn du hast den Scotty gerade schon erwähnt, der ist ja jetzt eher nur ein Neuankömmling, der ist ja nicht von vorne herein mit runtergebeamt. Und was wird uns dann ganz schnell klar? Naja, dass sie die ganze Crew runtergebeamt haben, ne. Ja, mittlerweile die Androiden, also alle sind unten auf der, auf dem Planeten und sollen da auch bleiben. Und was mit der Enterprise jetzt geschehen soll, das ist jetzt halt die große Frage. Ich finde diese Szene toll, wie der Kirk dann den Harry Mudd erstmal wirkt, weil wir haben ja schon erfahren, dass die Enterprise ihm entrissen wird und dass die ganze Crew weg ist von der Enterprise. Das ist eine seiner tiefsten Ängste. Ich verweise auf die Folge mit den Sporen, wo er so der Letzte war, der sich noch daran klammerte. Und ich glaube, so ähnlich fühlt er sich hier in diesem Moment, wo er gesagt bekommt, so, Enterprise ist nicht mehr deine. Das stimmt, ja. Dann merkt man wieder, wer die wahre Liebe seines Lebens ist. Nämlich die, die Enterprise. Ja. Matt plant ja, mit dem Schiff abzuhauen. Und ja, Kirk macht ihm in dieser Szene klar, du wirst damit nicht durchkommen. Starfleet wird dich stoppen. Also er erwähnt auch nochmal wirklich hier Starfleet an der Stelle. Und dann kommt eine Szene, die ich ein bisschen seltsam fand, nämlich es ging um Chekhov, ja. Chekhov, also irgendwie, wenn ich das so richtig verstanden habe, muss man sich auf diesen Thron setzen, den es da gibt. Da ist ja so eine Art Thronraum, man setzt sich auf den Thron und dann kommen die Androiden an, ja, und erfüllen einem Wünsche. Ja. Und der Chekhov, der setzt sich da drauf und dann kommen die beiden Alices an. Und in der Szene geht es ja auch so ein bisschen um Sex, oder? Ja, also da geht es ja um die Frage, was können diese Androiden eigentlich? Und der Chekhov sagt dann irgendwie, ihr seid aber nicht echt oder irgendwie sowas. Und dann sagen die, oh doch, wir sind, wir können alles. Wir sind Menschen perfekt nachempfunden. Oder Frauen, glaube ich, wird gesagt, und nicht Menschen. Und dann guckt der Chekhov in die Kamera, fast schon so, ne? Ich weiß nicht, ob er direkt in die Kamera guckt, so Fourth Wall-mäßig. Aber er guckt in Richtung Kamera und sagt, This place is even better than Leningrad. Leningrad, ja. Leningrad. Nicht St. Petersburg, wie es heute eigentlich heißt. Ich wollte gerade sagen, was ist in Russland passiert, ja, bis zur Zukunft, dass man das wieder umbenannt hat. Es gab ja Gründe dafür, das nicht mehr so zu nennen. Der Chekhov ist ein Zarevitsch, sage ich. Ja, wahrscheinlich. Der wünscht sich nicht, der wünscht sich doch das alte Russland wieder zurück. Richtig, ja. Moment, Lenin war ja nach den, Lenin war ja die Bolschewik, war ja das, was die Bolschewiken, er ist Bolschewist. Meine Fresse. Kein Zarevitsch. Das ist das eine, was lustig ist in der Szene und das andere ist, dass der Chekhov, der ist da all in, oder? Der findet das total super am Ende. Ja, der wird, also wir kriegen jetzt so langsam aber sicher erzählt, die Uhura könnte sich vorstellen zu bleiben. Ja. Der McCoy könnte bis an sein Lebensende forschen. Und der Chekhov, ja, und der Chekhov wird jetzt auch, dem wird auch nicht langweilig werden, ja. Ist ja auch ein netter Kommentar über Harry Mudd, der sich da wieder ergibt, weil er fragt ja, der Harry Mudd hat euch programmiert, ne? Ja. Dieser lüsterne, verdorbene Harry Mudd, ja. Ja. Okay, und dann kommt halt diese Leningrad-Aussage. Ja, ja, ja. Auch ein bisschen, ist auch ein bisschen leicht angestaubter Humor. Nicht ganz so angestaubt vielleicht wie die Nudelholz-Geschichte von vorhin, aber, ja, es geht schon ein bisschen immer, das ist so ein bisschen so eine Folge so für untenrum auch. Aber Simon, was hältst du davon, dass die Crew sich hier so schlecht trainiert gibt, dass sie ihr Sternenflottentraining so schnell fallen lassen wollen? Ja, finde ich, ist ein bisschen albern. Also, dass die da dem Ganzen so auf den Leim gehen und nicht sich an ihre Starfleet-Ausbildung erinnern. Ich meine, das dient natürlich der Handlung der Folge, ne? Weil irgendwie muss ja eine Bedrohung da sein, weil momentan ist da ja nicht wirklich so richtig ein bedrohliches Gefühl. Klar ist es ein bisschen ärgerlich, da auf diesem Planeten zu bleiben, aber so schlimm ist das ja alles nicht. Und deswegen ist der eigentliche Schrecken ja, dass diese Leute sich da so umprogrammieren lassen, ne? Von den Androiden im Großen und Ganzen. Und deswegen hat man das halt gemacht. Ich persönlich, ich meine, der Kirk ruft die ja dann auch sehr, sehr schnell zu Raison. Ich wäre da deutlich wütender gewesen auf meine Truppe, dass sie da ernsthaft überhaupt dran denken, dass es irgendwie toll zu finden, was da mit ihnen passiert. Das darf doch wohl nicht wahr sein, oder sowas hätte ich, glaube ich, gesagt. Ja, genau. Andererseits kommen wir ziemlich schnell jetzt an die Achillesferse der Androiden, denn der Kirk sagt, die Enterprise ist eine schöne Lady und wir wollen sie wiederhaben. Da spricht er ja wieder sehr für sich, aber es löst ja was aus bei den Androiden. Ja, sie fangen plötzlich an, das nicht auf Anhieb zu verstehen, was der Kirk da sagt, ne? Das ist ja auch irgendwie erstmal komisch und sie verfallen dann in so eine Art Berechnungsmodus, ja? Also die funken dann irgendwie, diese Nummern auf der Brust, ne? Die fangen dann so zu blinken, diese Anhänger, büüb, 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 büb, 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 büb. Sie müssen jetzt nachdenken einfach, ne? Also Kirk hat irgendwie geschafft, da die Logikprozessoren so ein bisschen zum Glühen zu bringen. Und so unterhaltsam die Folge ist, habe ich mit dieser zentralen Lösung, die sich daraus so ein bisschen ergibt, auch so mein Problem. Denn ich habe auch mal einen Computer gehabt. Mein erster Computer, das war ein C64. Und wenn ich da was Unlogisches eingegeben habe, dann habe ich den dadurch nicht zum Crashen gebracht. Dann hat der mal schön gesagt, Syntax Error. Und dann war der nämlich fertig damit. Und das hier ist so eine antiquierte, emotionale Sicht auf Computer, die ich heute nur schwer ertragen kann. So dieses, du musst, wenn du dem Computer unlogisch kommst, dann wird dem ganz plümerant. Dann wird er schwindelig und dann geht er irgendwann aus. Ach, ich weiß nicht. Oder geht tatsächlich kaputt. Oder geht kaputt, ja. Das ist ja eigentlich das, was nicht passiert. Ich meine, rein theoretisch kann das natürlich passieren, dass irgendwas durchbrennt. Aber in der Regel ist es ja tatsächlich so, dass Maschinen maximal abstürzen. Und selbst das hat man ja mehr oder weniger im Griff heute, dass dann wirklich nur dieser Programmteil sozusagen abstürzt. Und ja, aber früher hat man sich das halt so gedacht, wenn der Computer einen Logikfehler hat, dann fängt er an zu qualmen und der Kopf platzt. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Weil ich meine, guck mal, allein wie der Norman am Anfang ausgesehen hat, als sie ihm da die Bauchplatte entfernt haben, ja, mit diesen Drähten da drin und so. Das war ja wie Bruno der Roboter. Ja. Und ja, die sind halt einfach so. Man muss, man muss ja eigentlich bei jeder Star Trek Folge die Augen vorher erstmal schließen und sie so mantra-mäßig sich sagen, ich schaue jetzt die Zukunft an, so wie sie sich in den 60er Jahren vorgestellt haben. Und manche Folgen machen einem das einfach und manche Folgen machen einem das weniger einfach und die hier macht mir das so halb einfach. Also es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Widerhaken für meine, ja, wie heißt es, Suspension of Disbelief auf Deutsch, dass ich meine, du weißt, was ich meine, ne? Ja, das, dass, dass ich sagen kann, ich glaube, das Universum, ich kaufe denen das ab, Suspension of Disbelief, ich will ja hier nicht hier Anglizismen raushauen, nur heißt auf Deutsch, ja, es gibt keine, okay, schenken wir uns das, es wird hier auch nur umschrieben. Okay, ja, nehmt es so wie es ist. Du findest es halt glaubhaft, so, ne? Du kannst dich in dieser Welt einfach verlieren und da müssen ja bestimmte Voraussetzungen für geschaffen werden und die werden hier torpediert, sozusagen. Genau, und diese Voraussetzungen sind ja im Kopf eines jeden Menschen, eines jeden Zuschauers andere. Ja, richtig, richtig. Also es ist halt, das ist auch eine Diskussion, da kann man einen Podcast drüber machen, ne? Also wie logisch muss die Welt in sich sein, damit sie noch funktioniert und damit man das für bare Münze nehmen kann, was man da sieht, ne? Oder halt, ja, dann akzeptiert, dass es irgendwie Zeitreisen gibt oder sowas, ja? Ja. Und, also ich hab da irgendwie so, da verschwimmen bei mir so ein bisschen die Grenzen, ja? Also wenn mich irgendwas, was ernstes Sci-Fi sein will, für total dumm verkauft, Armageddon zum Beispiel, es gibt auch noch ein paar andere Beispiele, dann ... Star Trek Into Darkness. Dann, dann hab ich, dann hab ich Schwierigkeiten damit, äh, das für voll zu nehmen. Dann guck ich's vielleicht nur, weil's so dumm ist, dass es wieder unterhaltend ist, ja? Oder ich guck's gar nicht, weil's mir dann wirklich zu blöd ist. Hm. In dem Fall ist es irgendwie okay, für mich. Aber ich versteh das, wenn, wenn da bei dir schon so ein bisschen die Schmerzgrenze ein bisschen anders gelagert ist. Es wird ja dadurch abgeschwächt, dass die Folge so komödiantisch losgeht und der Harry auftaucht und dann die ganze Sache mit der Stella. Das bedeutet ja für uns jetzt schon, dass das eher so ein Romp wird, wie man so schön sagt, ja? Und so einer komödiantisch nicht ganz ernst gemeinten Folge, ja, die darf dann auch so was. Ja, stimmt schon. Nun gut. Harry hat ja jetzt seine Taschen gepackt und ist bereit, abzureisen. Aber da hat er die Rechnung ohne den Norman gemacht, oder? Genau. Der Norman, der hat nämlich, erst mal müssen wir ein bisschen sagen, wer der Norman eigentlich ist. Der Norman ist quasi, ja, so der Hauptprozessor dieser ganzen Installation. Du hast halt diese ganzen Androiden, ne? Die sind Teile, es wird so ein bisschen erklärt, wie, es sind Teile eines großen Gehirns. Das fand ich übrigens auch blödsinnig, ja, weil die ja alle unabhängig voneinander agieren. Aber es sind irgendwie Teile eines kompletten Gehirns und der Norman ist irgendwie so der, die Borg-Queen in dieser Folge, ja? Also der, der ist, und es ist, es gibt ja auch nur einen Norman. Es gibt ganz, ganz viele Serien. Es gibt eine Alicia, eine, also eine Alice, was sage ich, Alicia, eine Alice-Serie, eine Barbie-Serie und so weiter und so fort. Annabelle, Maisie, ja, ja. Herman, glaube ich, irgendwie auch so. Und, aber es gibt nur einen, diesen Norman. Und der Spock schließt ja auch schon daraus, dass der irgendwie wichtig ist. sein muss. Ja. Und ja, Matt will halt abhauen, aber die, die hören nicht mehr auf ihn. Die machen nicht das, was er sagt. Er will sich gerade hoch beamen, ja? Es gibt nochmal so eine lustige Matt- und Stella-Szene davor. Und dann will er sich hoch beamen und die sagen dann, nee, machen wir nicht. Denn aus welchem Grund, Sebastian, wollen sie nicht mehr auf Matt hören? Tja, sie haben von Anfang an erkannt, der Harry, der ist jetzt gerade kein, nicht gerade der Parademensch, der ist nicht perfekt. Also haben sie ihn mal genutzt, um andere herzulocken, um zu schauen, ob es denn Mustermenschen gibt. Und dann haben sie anhand der Enterprise-Crew gesehen, wieder dieser, wieder dieses Trope, dass so weiterentwickelte Zivilisationen uns für Barbaren halten. Die sagen gleich, also okay, wir haben Kirk und Co. gesehen, die sind auch gierig und unbeherrschbar, nicht so schlimm wie Harry, aber sie brauchen auch unsere Hilfe irgendwie. Und sie dürfen keinesfalls die Galaxie beherrschen. Und deswegen nehmen wir jetzt nämlich die Enterprise und lassen euch mal alle schön hier, Harry inklusive. Ja, hatten wir ja schon ein paar Mal so diese Idee. Und jetzt schmiedet man ja auch mal einen Plan, was man als nächstes machen könnte. Nämlich, sie nehmen den, ins Visier nehmen sie den Norman. Weil, klar, der ist ja einzigartig. Man könnte man genauso gut Stella ins Visier nehmen. Da gibt's auch nur eine, noch nur eine von. Ja, stimmt. Ja, der Norman hat ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt als Stella, ja. Und die Crew schmiedet einen Plan. Der ist am Anfang für den Zuschauer noch nicht so ersichtlich. Aber er ist irgendwie auch dann, ja, Kirk genial irgendwie, ne? Also, zuerst legt die Crew den Matt schlafen. Der kriegt eine Beruhigungsspritze oder sonst irgendwas. Und dann ruft der Kirk halt die Androiden und sagt, hier, der Matt, der liegt im Sterben und wir müssen auf die Enterprise gelangen, um den Matt zu behandeln, ne? Also, es ist halt diese klassische, oh, Werther, Werther, dem Gefangenen geht es schlecht. Kommen Sie mal gucken, ne? Diese Methode. Und dann passiert ja was, wo einem erstmal der Mund offen stehen bleibt, ne? Denn Uhura scheint das Ganze zu sabotieren. Denn die taucht plötzlich auf und sagt, das ist nur ein Trick. Die wollen das hier nur machen, um heimlich auf die Enterprise zu gelangen und das Schiff zu übernehmen und euch zu vernichten oder so. Und dann wird auch gesagt, warum die Uhura das macht. Sie ist wirklich als Verräterin jetzt erstmal aufgetreten. Sie will wirklich die Unsterblichkeit, die ihr da in Ausschicht gestellt wurde. Und das macht ja den Kirk auch, das bringt ihn auf 180. Er packt sie an den Schultern und was sagt er dann zu ihr? Beautiful! Beautiful! Sagt er zu ihr, ja? Ja. Ja, Uhura sagt, sie wollte eben diesen Androidenkörper haben, diese Unsterblichkeit haben, ne? Und dann stellt sich aber heraus, es war nur eine Falle. Uhura war die ganze Zeit, hat nur geschauspielert und das war abgesprochen, diese Szene. Ja. Oder diese ganze, ja, was sie da machen wollten und dadurch, ja, weiß ich, aber was wollten die damit erreichen, Sebastian? Ja, der Plan, der wird nicht so richtig erklärt, ne? Also, man sagt, jetzt rechnen die Androiden mit einem Angriff. Ja. Warum? Hä? Warum? Hm? Verstehe ich auch nicht. Also, so lustig diese Szene war und so cool das auch war, dass Uhura da völlig professionell war, ne? Und eben nicht, am Anfang hat man ja schon wieder denken können, oh nein, jetzt ist es wieder die Frau, die Schönheit will und ewige Jugend und die bringt halt dadurch andere in Gefahr und so. Es ist eben nicht so, ja? Da freut man sich so, yes! Uhura! Ja, geil, dass du das so gemacht hast. Und, ja, aber es wird irgendwie nicht erklärt, warum jetzt, ne? Nee, gar nicht. Also, mit dem, was man jetzt macht, nämlich dann spielt man ja, macht man ja so eine Zirkusvorstellung fast schon, möchte ich sagen. Das hätte man auch machen können, ohne das jetzt hier so vorzubereiten durch diesen gespielten Verrat. Man hat das Gefühl, dass das Skript mal so war, dass dieser Verrat dieser scheinbare Sinn ergeben hat und dass dann das nochmal umgeschrieben wurde. Aber dass diese Szene so schön war, dass man sich von der nicht trennen konnte. So nehme ich das wahr. Aber keine Ahnung. Ja, das glaube ich nämlich auch. Also, die Szene macht im Gesamtkontext nicht so viel Sinn, aber sie funktioniert halt einfach. Sie ist halt einfach gut. Und, ja, hätte man sicherlich geschickter lösen können. Was ja danach halt, was dann danach passiert, hier beginnt jetzt so ein bisschen der finale Akt der Folge, ist einfach nur noch ganz, ganz großes Tennis, finde ich. Ja, beschreib mal. Das muss man eigentlich tatsächlich sehen. Was die Crew hier machen will, ist, sie wollen die Androiden verwirren, indem sie sich möglichst unlogisch verhalten und auch widersprüchlich verhalten. Das Ganze ist so eine Mischung aus Impro-Theater und Tanz-Performance. Und ich habe jetzt über die Feiertage ein Theaterstück gesehen, so ein ganz intimes, kleines Theaterstück mit vielleicht so 20 Leuten da drin. Und wir saßen so um die Schauspieler herum, ja, in so einer Art Halbkreis oder U und die haben da drin was gespielt. Und die sind auch so abgegangen, wie Kirk und Spock und Co. und so. Das hatte so was extrem Theaterhaftes, wo du auch gemerkt hast, dass die Leute, die das machen, da wahnsinnig viel Spaß dran hatten, weil die sich halt wirklich seltsam verhalten. Ich weiß nicht, meine Lieblingsszene ist irgendwie, Chekhov kommt da rein, ja, die stehen dann da in diesem Thronsaal, der Chekhov kommt reingelaufen. So eine komische Musik ist zu hören, die hampelt so ein bisschen rum und die Uhura, die haut dem Chekhov eine Ohrfeige rein. Und die Alice-Androiden fragt, warum hat die Uhura jetzt den Chekhov gehauen? Und Kirk sagt, weil sie ihn mag. Ja, weil sie ihn mag. Und dann springt er hoch und macht, hey, 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 hey. Nachdem Jim gesagt hat, stillgestanden. Und dann springt er wie so ein Ziehaufmännchen und der Jim meint, besser so, ne? Ja, also es ist so ein herrlicher, anarchischer Vibe, der da irgendwie aus dem Fernseher rüberwebt. Ganz fantastisch, ganz toll. Ja, also man kann jetzt ganz viele Beispiele bringen, was da passiert. Ja. Es ist fast eine Viertelstunde Mummenschanz. Der Spock hat so eine Art unsichtbaren Plastik Sprengstoff, an dem Nimoy ist ein Pantomime verloren gegangen, das sag ich dir. Der knetet da so rum, ach, das ist ein bisschen viel, mach mal ein bisschen weniger. Und dann wirft er ihn, der Harry fängt ihn, lässt ihn fast fallen, fängt ihn, legt ihn bereit und bringt ihn dann noch mit einem unsichtbaren Golfschläger zum Explodieren. Und davon, und von diesen, ja, von diesen Szenen gibt es da jetzt sicherlich sechs oder sieben unterschiedliche Beispiele. Richtig, ja. Es geht ein bisschen lang. Ich muss gestehen, ich bevorzuge es, wenn der Kirk so ein Computer ratzfatz in ein bis zwei Minuten zu Tode argumentiert. Ich habe das genossen, das zu sehen, aber eine Viertelstunde war, ach, so ein, zwei Skits hätten sie mal rausnehmen können, finde ich. Ich verstehe, wie du das so siehst, aber ich sehe es, ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen anders, ich fand diese Eskalation einfach herrlich. Also von mir aus hätte das auch noch eine halbe Stunde weitergehen können, einfach weil ich sehen will, was sie sich da noch einfallen lassen. Eine Sache muss ich noch erzählen, eine Szene, die ich fantastisch fand, Spock ist zusammen mit den beiden Alice-Droiden in diesem Labor und er labert sie quasi so ein bisschen voll, ja, und sie sagen dann halt so, ach, du bist ja so ein logisch, du hast so ein tolles, logisches Denken. Und dann macht er so einen Nervengriff an der einen Alice und sagt ihr dann, I hate you. Und dann sagt er der andere, I love you. Ja, also, sie ist, und bringt sie dadurch natürlich wieder ins Grübeln, ne? Ja, herrlich. Und das, diese ganzen Geschichten, die landen ja bei dem Norman, weil der Norman ist sozusagen der, der muss halt, ja, diese Konflikte, diese logischen Konflikte, die die einzelnen Androiden haben, muss er sozusagen entscheiden. Und dann, ja, kommt ja dieses Paradoxon, mit dem sie ihn konfrontieren, ne? Das ist dann so ein Ding, das steht in jedem Kinderbuch irgendwie mit Logikproblemen. Wen muss fragen, damit du nur, wenn du nur eine Frage hast und du weißt, der eine lügt, der andere sagt die Wahrheit oder so, das ist ja so eine Denke. Und es wird jetzt gesagt vom Jim, der Harry Matt, der lügt immer und der Harry sagt, jawohl, ich lüge immer. Und das kann er natürlich nicht sagen, wenn er immer lügt. Und der Norman, der hat anscheinend nicht so viele Kinderbücher gelesen mit solchen Geschichten drin. Man kann ja, dieses Lügner-Paradoxon, wie es so heißt, das kann man ja auch mathematisch berechnen. Sebastian, du erinnerst dich noch an unseren lustigen, wie hieß das, Differenzierungskurs, den wir da hatten, ne? Mit diesen Wahrheit und Falsch und so und diesen ganzen logischen Berechnungen. Und das Ding bei diesem Lügen-Paradoxon ist, dass man das, wenn man das so auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert, dass man in so eine endlose Berechnungsschleife kommt, ja, als Computer. Das kann durchaus sein, dass man, zumindest habe ich das mit meinen begrenzten mathematischen Fähigkeiten so verstanden. Und darauf spielt die Folge halt an. Und ich meine, es wirkt ja auch alles. In den vorangegangenen Szenen, die Alices und die ganzen anderen Androiden machen immer buuuuuh, wie so eine Nulllinie im Krankenhaus. Und beim Norman, da qualmt gleich die Fontanelle. Richtig, dem brennen die Sicherungen durch. Ja. Also da kommt Rauch aus dem Kopf. Und ja, das ist halt einfach, dadurch ist die Normeneinheit sozusagen besiegt, weil der Computer kommt einfach nicht mehr mit. Ja. Ein Computer, der schafft, so weitentwickelnde Androiden herzustellen, ja, scheitert an diesem Kindergarten-Rätsel. Ja. Wahnsinn. Hm. Na ja. Muss man auch erstmal so hinnehmen. Ja, da wiederum verstehe ich deine Problematik, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser. Aber ich habe es trotzdem akzeptiert, weil, ja, vielleicht ist das alles ein bisschen Style over Substance gewesen mit diesem Mummen-Schanz-Theater und sowas. Aber ich finde es einfach großartig. Also Spaß macht es auf jeden Fall. Genau. Ja, und dann ist die Bedrohung durch die Androiden sozusagen besiegt. Und jetzt verbleiben wir noch bei der Frage, was geschieht nun mit Matt? Ich meine, er hat ja gut mitgespielt jetzt, ne? Er hat ja gut mitgeholfen bei diesem Plan, bei diesem verwegenen Plan, den Norman auszuschalten. Und ja, was machen Kirk und Co. jetzt mit ihm? Also sie machen etwas mit ihm, was ein bisschen scheiße undankbar ist, ehrlich gesagt. Also man hätte ihm jetzt so ein bisschen, ob man ihn jetzt unbedingt gleich mit einem Schiffchen auf freien Fuß setzt, weiß ich nicht. Aber sagen jetzt so, die Androiden haben wir jetzt alle schön wieder umprogrammiert, offscreen. Ja, das kriegen wir jetzt nicht gezeigt. Und sie machen jetzt das, was sie eigentlich tun sollen, den Planeten nutzbar machen. Wie auch immer. Der scheint ja gar nicht so unnütz zu sein, wenn man da schon so tolle Labore hat und alles. Aber sei es drum. Als lebendes Gegenbeispiel, wie man sich nicht verhalten soll, soll der Harry da bleiben. Und damit nicht genug, Simon. Der braucht ja auch noch einen Vorarbeiter. Der braucht noch einen Vorarbeiter, einen Bewacher. Und man riecht es natürlich schon, als das erwähnt wird. Was da gleich passiert, ist ja ganz klar, nämlich Stella ist sein Bewacher sozusagen, sein Verbindungsoffizier zu den Androiden sozusagen. Und die gibt es nicht nur einmal, sondern die gibt es vielleicht mehrmals. Und Matt hat natürlich nicht mehr diese Kontrolle, die er vorhat. Also die Stella kommt da von der einen Seite angelaufen und Hardcore Fenton Matt, what have you done again? Und so, von allen Seiten kommen dann noch andere. Und da kann einem der Matt schon so richtig leid tun, muss ich sagen. Ich dachte, das ist eine ganz schön harte Strafe. Schon. Die Folge endet auch damit, dass wir sehen, dass die eine Stella die Nummer 500 trägt tatsächlich. Und dann ertrinkt alles in so einer Kakophonie aus Gemecker. Und die Crew lacht noch ein bisschen und beamt sich dann hoch. Ich finde auch hier das Ende so ein bisschen, naja. Also die Folge heißt ja Eimat. Und da muss man ja sofort an zum Beispiel iRobot denken. Von Isaac Asimov und Androiden und Robotergesetze und so weiter. Ich finde, das wird diesem Vorbild nicht so ganz gerecht, falls es denn das Vorbild war. Denn die Roboter werden halt ja auch hier umprogrammiert als Arbeitssklaven. Ja. Also die werden halt komplett als Maschinen angesehen und nicht als Lebewesen. Und ich finde, das wäre eigentlich auch ein guter Punkt gewesen, in der Folge das mal aufzugreifen. Es werden ja so Andeutungen gemacht. Die haben halt Schöpfer gehabt und die sind halt dann irgendwann verstorben und so weiter und so fort. Aber es ist nie so richtig das Thema. Was ist eigentlich das Schicksal dieser Androiden? Und dann hätte man auch einen moralischen Konflikt draus machen können. Was macht man jetzt mit den Robotern? Oder was ist die Bestimmung der Roboter? Und was machen sie jetzt, wenn sie ihre eigentlichen Bestimmungen nicht mehr nachgehen können? Und das hat man halt aufgegeben, um hier so eine Comedy-Folge zu machen. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde aber, man hätte da ein bisschen mehr draus machen können noch. Ja, das stimmt. Die Folge bleibt sich hier bis zum Ende treu und bleibt in diesem lustigen Modus. Aber ja, wirft natürlich Fragen auf und schreit fast schon nach einer Fortsetzung. Sowohl in Richtung, was ist mit dem Harry als nächstes passiert, als auch gibt es irgendwie, wie du es jetzt andeutet, ethische Fragestellungen, was die Androiden angeht, die man sich mal stellen sollte jetzt. Ist ein perfektes Comedy-Ende, wenn man so will, aber in den zentralen Fragestellungen und Themen von Star Trek vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen. Ja, denke ich auch. Aber irgendwie Happy End halt. Happy End. Nicht für alle. Ja, aber nicht für alle. Und die Folge ist zu Ende. Gut, möchten wir zum Fazit schreiten, mein lieber Sebastian. Ja klar, fang mal an. Ich habe sehr viel Spaß gehabt bei der Folge im Gegensatz zur letzten Woche. Es ist eine Star Trek-Komödie mit einem hervorragenden Antagonisten, nämlich mit Harry Mudd, der hier auch sehr gut eingesetzt wird, der hier überraschend eingesetzt wird, was mir sehr gut gefallen hat. Die Grundidee, die passt. Das Ende der Folge ist halt für mich das, was mir da am meisten Spaß macht, weil es halt einfach so anders ist. Es macht halt, die Charaktere verhalten sich völlig seltsam. Das hat man halt so noch nicht gesehen. Und ich habe da einen diebischen Spaß gehabt, den zuzusehen. Und wenn jetzt auch natürlich die Folge an der einen oder anderen Stelle ein paar logische Probleme hat, ein bisschen seltsam ist auch und das Ende auch ein bisschen intelligenter hätte sein können, ist es eine sehr gute Comedy-Folge für mich. Und für mich gibt es den Daumen nach oben. Was denkst du, Sebastian? Ja, ich denke, dass hier eine sehr, sehr rasante Story geschrieben wurde, in der unglaublich viel passiert. Und die so gleich zu Anfang ziemlich früh einen diesen witzigen Tonfall trifft und den auch bis zum Ende hält. Das ist ja unglaublich schwierig. Es ist nichts schwieriger, als Comedy zu schreiben. Drama und Abenteuer und noch eine Verwicklung und noch ein Cliffhanger, finde ich, sagt man ja auch immer so, hinlänglich ist einfacher zu schreiben. Das ist erstmal schon was, dem ich ganz großen Respekt zollen muss. Und ja, da bleiben ein paar Sachen auf der Strecke und andere Sachen sind ein wenig angestaubt, was den Humor angeht. Aber so lustig wie die Folge ist, hilft sie mir immer, über diese Hürden irgendwie drüber zu kommen. An den Stellen, wo ich so falle fast, sagt die, komm Sebastian, jetzt machen wir noch mal so einen Singer da rein und dann lache ich wieder und dann ist das auch schon wieder vergessen. Und deswegen halte ich das bis zum Ende freudig durch, die Folge zu schauen, bin bestens unterhalten und kann den Daumen nicht strahlend bis ganz weit nach oben geben, aber auch schon nach oben auf jeden Fall. Ja, schön. Der zweite Auftritt des Herrn Matt. Der zweite Auftritt des Herrn Matt. Nächstes Mal sehen wir ihn so, wie es ausschaut, denn wir haben keine großen Wiederworte bekommen, was die Zeichentrickserie angeht. Wahrscheinlich sehen wir ihn das nächste Mal in animierter Form. Richtig, ja. In seinem dritten Auftritt. Bin ich schon sehr gespannt drauf, denn ich kann mich da nicht daran erinnern, diese Folge mal gesehen zu haben. Ich auch nicht. Aber nächste Woche gibt es ja nicht diese Folge. Nächste Woche gibt es eine weitere Live-Action-Folge. Welche schauen wir uns denn dann an? Die Folge heißt Metamorphosis und die bringt auch einen sehr, sehr wichtigen Charakter, beleuchtet die in der Star Trek Lore. Genau, ein Pionier, ein Pionier, der sich irgendwie mal ändern sollte, so sein ganzes Wesen, aber dazu nächste Woche mehr. Metamorphose heißt die übrigens auf Deutsch. Das ist fast der ähnlichste Titel, den wir bisher überhaupt hatten. Richtig, ja. Genau, wenn ihr auf den deutschen DVDs oder im deutschen Netflix sucht, wo ihr da gucken müsst, Metamorphose wäre dann der, die Folge als Hausaufgabe zu gucken. Richtig. Ja, und wir können uns, denke ich mal, jetzt verabschieden bei euch. Oder hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest? Ne. Ne. Nö, ich wünsche euch jetzt, ich freue mich auf ein Jahr jetzt wieder voller Trek am Dienstag. Die erste Folge ist getan, das ist die erste von hoffentlich 52 Folgen und ich freue mich einfach auf jede Menge Star Trek mit dir und mit euch da draußen. Ich mich auch. Bleibt gesund, habt eine schöne erste Woche, hoffentlich habt ihr noch Urlaub und bis zum nächsten Dienstag. Sebastian, mach's gut, auf Wiedersehen. Tschüss Simon, tschüss ihr.